Intro Hey, was geht's ihr, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush, vor der Fake Itiner und zurück bei Let's Play Naruto, de Boruto Shinobi Striker. Es wird nun Zeit, dass wir mit den letzten drei Solo-Quests durchstarten. Angefangen mit dem weiteren Kampf gegen Shukaku. Dann machen wir mal wieder weiter hier. So, wir gehen mischen. Schauen wir mal, wie das diesmal wieder ablaufen wird. Der Angriffstyp geht ja wirklich gut ab, muss ich sagen, weil mit dem bin ich an sich wirklich gut erfolgreich. Und Dederas Explosionsdrachen, da habe ich jetzt eigentlich auch drauf. Aber ich möchte sicher gehen, dass ich wirklich alle Jutsus wieder von ihm habe und dann werde ich halt wieder auf jemand anderen wechseln. Ich glaube, Shikamaru oder Rock Lee waren als nächstes dran, aber das werden wir dann noch sehen. Jetzt erstmal, los, los, los! Shukaku. Wieder ein Ame Gakure. So. So. Das wollte ich ja nicht stylisch machen und das noch treffen und dann... Ach, wäre ich ein bisschen schneller dran gewesen, aber was soll's. Da kommt er wieder. Unser Sandmonster. Also da kommt es wieder, unser Sandmonster. Mit der viel zu hohen Stimme. So. Schöner Treffer. Wow. Ah je. Ja, ja, ja. Mach eine schöne Pirouette hier für mich. Alter Schwede. Ah. Ja, toll. Statt dass ich mich da fortbewege, werde ich einfach vom Angriff erwischt. Wann soll das ihn treffen? Oder jetzt hin? Wo kannst du mir nicht denn kommen, Freundchen? Wo bekomme ich denn jetzt das Zeitlimit auf einmal her? Vielleicht durch besiegende Gegner? Wann muss ich denn da noch kommen? Okay. Habe ich jetzt... Was? Der ist jetzt schon im Agro-Modus? Der hat noch nicht mal die Hälfte seiner KP verloren. Und schon jetzt ist er Agro. Oh shit. Nein. Und davon werde ich auch noch erwischt. Ja, runter... Woha! Woha! Woha, mich runterstürzt. Ja. Natürlich darf ich nicht weg von da. Okay, das dürfte schwierig werden, jetzt noch zu schaffen. Schon eigentlich, dass die abklingt, zeigt? Glaube fast. Dass dafür zuständig ist. Ja, schmeißen wir mit Sand rum. Wenn's dir Spaß macht. Ja, es verkürzt wirklich die Abklingzeit. Schnell, bevor er explodiert. Oh, grad noch erwischt. Ja, super. Das war ja voll fair, ne? Dass ich ihn damit noch treffe, wenigstens. Oh, shit. Da bleibe ich diesmal weg. So. Habe mich damit erwischt. Oh, aber der hat mich beinahe erwischt. Raus aus deinen blöden... Bleib weg von mir, du blödes Ungetüm. Was auch immer du bist und woher du stammst. Oh, shit. Woher bist du? Heilungsflasche? Yes! Immerhin. Etwas. Ja, super. Der verschweißt du mich mit Sandern und trifft mich auch noch. Okay, super Modus. Jetzt aber legen wir los hier, bevor die Zeit noch abläuft. Ich hoffe, Dederer hat es hingeschafft. Ja, der hat bereits einen Art eigenen Superangriff verschwendet. Das trifft ihn nicht, weil er sich in seinen Blünder hat. und den Ball wieder anrollen musste. Nein! Schnell wieder hin! Das darf nicht wahr sein, ey. Die Flasche! Wo ist die? Da! Lass mich bitte hin! Lass mich bitte hin! Yes! Schon besser. Oh shit, nur noch 30 Sekunden. Dederer geht doch letztendlich hin und greif ihn an. Super, jetzt verliere ich auch noch gegen Shukaku, ne? Alter, dieser blöde Sand! Ja, super, du Arsch! Jetzt hör auf, mich zu paralysieren! Hör auf mit dem Scheiß! Verpisst euch! Ja, super. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich verliere gegen Shukaku? Komplett! What the fuck? Super, jetzt gehen sich wirklich die restlichen Missionen in diesem Part nicht mehr aus. Was zum Fick nochmal? Das sollte eigentlich anders ablaufen. Warum? Es ist halt schon wieder schief gelaufen. Es ist wirklich behindert. Der Titel ist mir sowas von scheißegal. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Da kann man mir sagen, was du willst. Und das will ich nicht. Ich will das jetzt hier schaffen und... Auspasta! Komm jetzt, bitte. Warum kann ich das nicht überspringen, dieses Zeitlimm? Weil ich muss sowieso dann noch die Ladezeiten durchgehen. Also, es bringt nichts. Es bringt sowieso nichts. Wozu denn noch warten? Das lasse ich mir nicht bieten, ey. Vorrede dem, der eine Angriff hat ihn noch nicht mehr getroffen. Und das finde ich auch so beschissen. Ich muss einfach mal aufpassen. Ich muss wirklich einen perfekten Moment finden, um ihn zu attackieren. Es ist aber echt sauschwer, den perfekten Moment zu finden. Für einen Eingriff. Meine Fresse. Lass deinen Sand stecken. Und wieso trifft er es wieder nicht? Oh, Mann, ey! Ist er voll beschissen. Das ist doch wirklich behindert gerade. Was war da jetzt schon wieder passiert? Wenn ich diese Drecksäcke wieder erwischen mussten. Und nicht nur das, auch seinen scheiß Angriff. Alter, der leidet wirklich so gut wie keinen Schaden. Meine Fresse! Ah. Schon auch mit dem blöden Rumgekreiselt. Zieh doch bitte auf ihn! Wie kann ich ihm mehr Schaden zufügen? What the fuck? Also, jetzt ist es aber wirklich gut hier. Scheiße, die waren da nicht. Ich werde es wahrscheinlich schon wieder verkacken. Scheiße, wie wenig Schaden da leidet dabei. Ah! Ich muss wieder jemanden zum scheiß Blitz gegen mich einsetzen. So, verpiss dich! Du auch. So, du nervst nur unnötig. So, come on. Sehr schön. Es hat mich da jetzt schon wieder getroffen. Wenn ich mich so wegteleportiere. Zweifel. Weg mit deinen blöden... Na komm! Super. Er zieht doch auf ihn, bitte! Und lass dir den Ball raus, bevor er explodiert. Alter, ja, die Zeit ist mir zu knapp. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das Zeitlimit sonst bekommen habe. Wie habe ich denn dieses extra Zeitlimit bekommen? Ich verstehe das nicht ganz. Ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Das ist so heftig. Ich weiß nicht, wann ich einen Zeitpunkt finden kann zum Angreifen. Wann denn, wenn er sich auch jedes Mal verpissen muss? Jetzt? Was? Keine Ahnung. Und warum habe ich bitte wieder auf den gezielt, statt auf ihn? Ich weiß nicht. Jetzt ist er wieder weg. Boah. Gut, dass er mich damit nicht jetzt nicht getroffen hat. Ach! Komm! Psst! Jetzt mach er nicht mal weiter! Immerhin damit getroffen. Bleib doch mal stehen, du! Scheiß doch dem anderen! Voll fair wieder! Ich konnte auch nur reingeraten. Bitte spawn jetzt mal bei ihm. Wo ist er? Dederam muss sich mit diesem Kleingemüse hier beschäftigen. Gefällt mir natürlich gar nicht. Hä? Wo kriege ich denn das Zeitlimit jetzt mal her? Habt das bitte ich mal wissen können? Lasst mich hier in Ruhe mit euren Scheißattacken! Ich hab keine Zeit für... Ich hab keine Zeit für mich hier in Ruhe mit ihr. Ich hab keine Zeit für mich! Komm schon. Verpiss dich Ach man ey Wow Das war knapp ey Pfff Als ob ey Eine Minute schaffe ich es garantiert nicht so wenig Schaden wie ich bei dem Typen mache Vor allem wenn ich auch meistens nicht treffe Ich hasse das Wenn er woanders hinzieht als er eigentlich hinziehen sollte Das Brick geht sich nicht mehr aus Volledem wenn er jedes Mal Sonst wohin schlägt Ja explodier doch endlich Was dauert denn das so lange Hätte ich ihn gleich nochmal weiter angreifen können Shit ja gleich ist Zeit wieder vorbei Der lässt mich noch nicht mal hoch hier Geht das schon wieder los Ich hasse das Ich hasse das Geht das schon wieder los Ja Ja Ah! 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 Oh! 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 Geh! Ah! Oh! Geh! 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 Ah! Das war's für heute. Geht nicht! Geht's! Oh mein Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Waaahhh! Get me! Get me! Mag. 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 Was? Was? So, da! Amai! Sie! Wauw! Zubi, wauw! So, da! Ima, da! Uh! So... Zubi! Puh! Wauw! Wauw! Zubi! No! Wauw! 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 So, da! Ja! Wauw WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR